Ich glaube, Spaß haben ist so die größte Priorität, um auch zu sagen, man macht einen Sport als Leistungssport und auch für so viele Jahre. Und Leistungssport ist ja eh zum einen unglaublich viel Druck und viel Training und einfach viel Zeit, die man da rein investiert. Und viele Dinge bleiben immer auf der Strecke. Aber ich glaube, ohne Spaß fehlt einem auch die Energie, das so lange auszuüben. Vielen Dank.